ARD Text im Auftrag von Funk An der Kante Sind wir grad auf dem IKEA Truck? Da vorne laufen zwei Nein, 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 die können wir töten, das ist ein Kacknuss Run, 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 run Oh, nein Hier hat der mich jetzt grad bitte durch zwei Büsche durch erschossen Minus 70.000 Blut? Erklär mir bitte Was hat ihn eigentlich reingetan? Oh Hello, meine Frau Ja, tut mir leid, dass ich den Key weggeschmissen hab Komm vorbei, André Komm doch schon Das liegt mir dann irgendwas böse Gobi Mhm Nee, ganz ehrlich, ich hab, ich hätte mal bei, äh, während, bevor, äh, vor einer Woche noch bei, äh, ne, vor zwei Wochen hätte ich, ne, vor eine und halb Wochen hätte ich's mal schon anfangen sollen, einfach Warum? Dann hätte ich, hätte ich, dann wäre noch Odyssey da Dann hätte ich gesehen, dass Serkit ein Skin bekommen hatte, das war ja mein zweitlieblingsjungler Oder mein drittlieb... nein, mein zweiter Danach kommt Freya Aber, die hat einen coolen Skin bekommen, der heißt Da waren aber nur zwei, meine ich Der dritte Der dritte Kann ich jetzt wieder reden? Mh Nein, halt vor Okay, alter, auf jeden Fall Auf jeden Fall ist da ein Dreadnought Skin draußen Und du glaubst nicht, Isa Warum? Der dritte Der dritte Und jetzt